Hi, ich bin Carine. Willkommen in der Gründl-Strickschule. Wenn ihr wollt, könnt ihr diesen schönen Schal stricken, ohne jegliche Vorkenntnis zu haben. Und das werden wir uns alles Schritt für Schritt jetzt erarbeiten, was ihr dafür braucht. Das heißt, wir schauen uns zum einen an, welche Wollsorten es gibt, auch ganz im Allgemeinen betrachtet. Dann schauen wir uns an, welche Stricknadeln es gibt. Wir lesen gemeinsam eine Strickanleitung, die Banderole. Das heißt, da steht drauf, die wichtigen Informationen, die ihr so braucht, über eure Wolle. Und letztendlich machen wir dann noch eine Maschenprobe, bei der ihr dann einmal das Strickmuster üben könnt. Und auch dafür sicherstellt, dass ihr genau so den Schal habt, wie ihr das haben möchtet. Und letztendlich werde ich euch dann zum Schluss noch in einzelnen Videos die entsprechenden Techniken beibringen. Und mit all diesen Techniken, die wir dann in den Videos durchgehen, könnt ihr dann diesen Schal stricken und zu eurem ersten Ergebnis kommen. Das heißt, wir werden das Muster üben, wir werden üben, wie man einen schönen Rand macht, diesen Farbwechsel und auch die Fransen. Das heißt, wirklich bei jedem einzelnen Schritt werden wir euch mit einem entsprechenden Video unterstützen, sodass wirklich nichts schief gehen kann. Wir schaffen das. Viel Spaß!